Meditation zur Einstimmung auf Weihnachten und zur Begegnung mit Christus in dir. Ich mache es mir ganz bequem und schließe meine Augen. Ich atme ruhig und tief. Ich mache mir bewusst, wer ich in Wirklichkeit bin. Denn ich bin nicht der Körper, sondern ich bin ewiges, vollkommenes, bewusstes Sein. Eine reine, bewusste Energie. Der Körper ist mein Werkzeug hier auf Erden. Und mein Freund, ich erkenne auch, ich bin ein Teil des einen bewussten Seins, der einen Kraft, die wir Gott nennen. Ich bin ein umgetrennter und ewiger Teil der höchsten Kraft. Ich bin ein ewiger, ungetrennter Teil des höchsten Bewusstseins, so wie alles ein ungetrennter Teil Gottes ist. Ich spüre, dass in mir mein wahres Selbst darauf wartet, erwachen zu dürfen. Christus wartet in mir auf seine Geburt. Ich weiß, Christus ist mein wahres Wesen. Er ist das Licht in mir, das erwachen möchte. Heute ist der Tag, an dem er in mir bewusst geboren ist. In dem das Licht in mir hell, ganz hell aufleuchten darf und ewig zu brennen beginnt. Ich bin bereit, zu wahren Weihennacht. Ich bin bereit, zu meiner eigenen wahren Geburt. Christus wird heute in mir geboren und er erwacht in jedem neuen Tag ein Stück mehr in mir. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, die das Leben mir damit heute bietet. Und ich weiß, ich bin nicht zufällig hier. Meine Seele hat mich hierher geführt, weil sie bereit ist, zu sich selbst geboren zu werden. So mache ich mir mein wahren Selbst das Geschenk und weiche mich in dieser Nacht meinen wahren Wesen, nämlich Christus in mir. Jedoch nicht nur heute, sondern auch an jedem weiteren Tag. Ich bin offen und bereit für die wahre Bedeutung der Weihennacht zu erfahren. Und spüre es, es ist an der Zeit, mein Leben zu wandeln in Richtung zu mir selbst. In diesem Bewusstsein gehe ich von nun an durch mein Leben. Öffne nun wieder meine Augen, aber bleibe offen und bereit für meine eigene, wahre Geburt. Ich bin eins mit dem anderen. Christus wird heute geboren. Ich erfahre es ganz bewusst. Alles Liebe, dein Gott. Deshalb scheitbt jetzt noch warte. Tschüss. Zie ich mal beide zuerst.